Hallo meine Lieben, wir wollen reinschauen, was wird dich am Wochenende in der Liebe erwarten? Wir gucken... Oh, hier leugnet jemand seine Angst vor der Liebe. Das habe ich hier schon mal. Also hier soll jemand wirklich mal zu seiner Angst stehen in der Liebe. Was kommt noch in der Liebe am Wochenende auf dich zu? Oh, das sehen wir schon mal hier. Hier wird auf jeden Fall wieder etwas zufriedener werden in der Liebe. Hier trifft man sich vielleicht auch noch, vielleicht ist da auch eine Feier oder man geht hier irgendwo hin. Auf jeden Fall wird das schon mal ein schönes Wochenende in der Liebe. Und wir haben hier den Pasche der Kelche. Es kommt ein liebevolles Angebot auf dich zu am Wochenende. Wow, schauen wir mal weiter. Was wird noch gezeigt am Wochenende in der Liebe? Ja, und du hast auf jeden Fall auch daran geglaubt und dieses Angebot, das ist auf jeden Fall auch hier geführt am Wochenende. Und zwar ist das etwas Sicheres. Hier kommt ein sicheres, liebevolles Angebot in der Liebe auf dich zu am Wochenende. Sehr, sehr schön. So, was wird noch für die Liebe gezeigt am Wochenende? Ja, vielleicht war jemand in seinem Turm, vielleicht war jemand hier zurückgezogen und isoliert und jetzt kommt dieser Mensch wieder raus. Jetzt hast du aber auch deine Klarheit hier am Wochenende bezüglich dieser Situation. Dieser Mensch war vielleicht auch enttäuscht oder wusste gar nicht so richtig, was man machen sollte. Vielleicht ist auch einiges falsch gelaufen. Und das geht aber jetzt heraus, dass was falsch gelaufen ist hier. Vielleicht hat hier irgendwas an komplizierten Dingen genagt bei dieser Person. Und ja, hier kommt eine Zusammenkunft mit diesen Menschen und es wird auf jeden Fall hier wieder friedlicher werden. Und ein Wandel und eine Veränderung kommt dadurch. Achso, was sagt dir dieser Mensch? Dieser Mensch sagt dir, lass uns wieder vertragen und ich will mit dir alt werden. Und dann, wenn du daran tierenkte, lass uns wieder vertragen und ich will ganz様 sein. Z rufe, lass uns einfach COB BMI hinzufügen. Und Anne. Pyram. Und, ist natürlich toll. Und, ist gut.